Piraten Joho und in diesem Sinne herzlichen Willkommen zurück bei Rainbow Six mit dem Benni. Moin. Ihr Landron. Es ist wieder soweit, der Käpt'n ist wieder da. Arrr. Aber auch nur weil Benni ganz gerne mal am Käpt'n morgen nuckelt, während der Aufnahmen. So sieht's aus. Anders kann er den Scheiß hier nicht mehr ertragen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ei. Ei. Ich bin ja auch sehr intelligent. Jetzt habe ich das Geschütz von Tachanka so hingestellt, dass ich oben rechts reinballern könnte. Aber ich wette, die Taktik benutzt überhaupt kein anderer außer uns. Ja, doch, doch, doch. Ich habe die ja mal von irgendjemandem abgeguckt. Ah, okay. Ja, dann stelle ich mich doch so hin. Ja, ja, generell, weil wenn hier gleich aufgesprengt wird. Ja, aber ich stehe so, dass ich nur den oberen Bereich kriegen kann. Neue Übertragung aktiv. Kamera-Field double running. Super blieb. Achso, ich bin ja der Pirat. As your friend don't dance and if they don't dance, they want no friend of mine. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Da, 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 Herz und so. Wo, 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 wo? Wo, wo? Hier irgendwo. Ich kann's nicht ernten. Oh mein Gott. Da oben. Da oben. Kommt er gleich, oder was? Der ist da, der hängt da. Oh ja. Da gibt's mir richtig, ganz egal, aber... Ja, das war ja erfolgreich. Jetzt seh ich nichts zwischen Qualen. Ziel 4 eingesetzt. IQ ist da. IQ. Trinkt aus, Piraten. Jo-ho. Ho-ho. Boah, bei Flug der Karibik gab's auch so ein episches Piratenlied. Hier, direkt vor mir. Wo ist er hin? Ja, das bringt... Wo ist er hin? Ist das überhaupt draußen, was ich da schon sehe? Hör mal. Hier steht er, hier steht er. Okay. Termite bestimmt. Ja. Genau hier. Guck mal ein bisschen rechts von dir in den Gang rein. Irgendwie ist hier... Nope. ...ne Cam. Doch, ich hab schon wieder irgendeinen auf dem Sensor. Boah. Boah, ich seh den nicht. Wo ist denn das? Hier, direkt hinter mir steht einer. Boop, 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 boop. Ich suche nach Feind. Ach fuck, hier ist ja die Luke offen. Aha. Ich lade ein neues Magazin. Hey, warum steht er hier die ganze Zeit vor der Tür? Immer, immer nur? Ja, ich geh da jetzt raus. Mach das. Mach dicke Party da, ja. Ich glaub, der war AFK. Der war mit der Drohne unterwegs. Geiler Kill, Alter. Das hat sich richtig gelohnt. Das war cool. Ach, oben auf der Treppe kommt einer oder was? Weiß ich nicht. Ich hab das mal freigeschossen, damit ich da mal hingucken kann. Herzschlag-Sensor eingesetzt. Ja, bei dir da hinten irgendwo war einer. Würde ich mal sagen. Der ist noch ein Stock weg drüber. Ja, der ist tot jetzt. Nee, über uns ist noch einer. Boah, das macht voll Spaß mit dem LMG. Ich kann den einfach nicht finden. Guck doch mal. Der ist bestimmt direkt über mir. Wein gleich. Ja, da ist er. Kommt die Treppe runter. Ja, da hab ich noch einen Kill-Assist bekommen. Nee? Guck dir. Guck ich mich erschrocken, aber das ist viel geiler. Der kommt runter. Ah! Wie er mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist. Ach, schön. Schön, schön, schön. Ach, Blackie, das wollte ich mir grad schnappen. Dann nehm ich den Sledger oder willst du den wieder? Ich hab jetzt Termite hier, sieht man noch. Ja. Warte mal, ich wollte mir kurz den Folgentitel notieren und zwar. Kann ich sprechen und schreiben gleichzeitig? Ah, du bist ja keine Frau. Und zwar mit dem Kopf durch die Wand. Und du kannst, das Thumbnail hab ich auch schon vor Augen. Perfekt. Das macht immer Spaß. Das macht Laune. Ja. Ja, mei, jo. So, Leute, ihr seht das selber. Wie gesagt, wir haben ewig nicht gezockt. Vielleicht liegt es daran, dass das Wasser jetzt so gut durchkommen. Aber vielleicht sind wir auch gar nicht Benny und Freak, sondern Manuel Neuer. Oh Gott. Na ja, wir halten alles. Alles. Ja gut, es steht grad mal 1-0, das hat noch nix zu heißen hier, ne? Ne. Ne. Wir sind im falschen Haus. Ich bin der Freak, ne? Hallo. Hallo, Herr Freak. Schon mal ein Teamkill? Vor- oder Nachname? Freak. Freak, Freak. Freak, Freak. Freak, 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 ja. Nein, nein, Freak ist der Vorname, LP ist der Nachname. Ach so. Ich bleib mal in dieser Leiche liegen. Zwei sind nicht im Raum. Ich wiederhole, zwei sind nicht im Raum. Over and out. I'm Rick J. Foxtrot an Charlie. Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Das heißt, Fug. Oh mein Gott. Das hat aber lang gedauert damals, als man das raus hatte dann. Ja. Also ich hab zumindest ne Weile gebraucht. Ich hab das bis heute nicht verstanden. Äh, was soll ich denn? Oh, hier hau ich nen Turmite dran, auch wenn's nix bringt. Und hier hau ich einfach mal so ein Loch rein. Bam. Ich kann eh nix mit Turmite, davon abgesehen. Wow. Dieser Kanapka, der ist ja grandios. Kanapka? Ja. Ja. You killed yourself. Danke. Oh. Super Sly Fox. Grandios. Äh, der letzte ist hier, markiert. Ah ne, doch nicht. Wo bist du denn? Von dir aus links. Kommt jetzt rein. Junge, warum krieg ich denn hier jede Killcam, Mann? Was ist denn heute los? Du bist überragend. No, bin ich heute Killer. Bist du Killer, Skoppeljett? Und ich mach immer Lack-Headshots, Alter. Das ist richtig gut heute. Richtig gut, ey. Heute ist mein Tag. Oh Mann, ey. Das kann sich jeder verdammte Mensch auf der Welt angucken, wenn er will. Ich bin hier am singen, ey. Am richtig absparsten. Ein bisschen behindert sein, das ist es. Ich putz einfach mal meinen Monitor in der Zeit. Mach mal sauber. Ja, 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 ein bisschen wedeln, ja, ja. Ja, oh, was soll ich? Ja, schön einen wegwedeln, ja. Und ich sauber mache. Unglaublich, oder? Konnichiwa. Da wollte ich aber nicht hin, Master Lampe. I mute everything. Außer da hinten habe ich noch nicht gemutet. Verdammt. I mute it all. I mute it all. I mute it all. I mute it now. Drei Drohnen habe ich schon. Nice. Wie zur Hölle? Hat der einer die verdammte Tür aufgemacht? Nee. Hä? Ich habe vier Drohnen gefangen. Alter, du bist ja der Killer schlechthin. Ja, aber wieso kam denn eine durch? Das ist... Weiß ich nicht. Weil alle anderen sich auf dich verlassen haben. So, hier kommt übrigens keiner rein. Ach, du bist gar nicht der Kontrollator. Was? Puls. Nee, diesmal nicht. Ich bin mute, Alter. Ja, bringt mir ja nichts. Ach, deswegen dachtest du, ich bin ein Killer. Okay. So, die werden doch wieder da oben kommen. Da hast wohl alle. Super. Super. Ich stelle mich da jetzt schon mal hin. Ich würde sagen, da ist keiner. Ich habe irgendwie Soundbugs. Ach nee, das ist oben drüber gewesen. Okay. Ich bin aufgeflogen. Das verunsichert die allgemein. Ich bin die EAV, Alter. Ja, ich bin down. Wo kam der denn jetzt? Warum? Wie lange hat der IQ gebraucht? Die stand die ganze Zeit draußen. Ist die jetzt hierher gelaufen? Tatsache. Die ist ja extra hingelaufen, um mich zu killen, weil ich entdeckt wurde. Das ist voll crazy. Egal. Muss auch mal sein, ne? Ich bin das erste Mal gestorben jetzt in zwei Folgen. Oha. Oha. Ist ja fast überragend, ne? Nee, nee. To that no, dass du so kross unterwegs bist, ja, Mann. Hier, guck mal, hier ist ein Feind. Da sind Feinde. Jetzt wisst ihr doch, wo sie sind. Das ist so freundlich von dir. Ja, komm, such die Kamera. Ja, geil. Warum wusste der jetzt, dass ich da schon stehe? Mann. Hat der dich geholt? Ja, natürlich. Peinlich. Einmal mit Vorfüß. Ja, ich hoffe, die beiden holen das jetzt, dass wir hier mal wieder ein lockeres 3-0 einfahren, ne? Ja, natürlich. Easy. Hintereinander laufen. Das ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Oh Gott. Ja, immerhin ging diese Folge zwei Minuten länger. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einem freudigen Yoho-Piraten-Yoho. Peace out, yo. Das sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bam. Ciao.